Ja, Frau Rath, haben Sie sich aber schick gemacht. Dann können wir ja ins Städtchen gehen. Ich würde aber sagen, wie wäre es, wenn wir vorher noch ein bisschen Schuhe putzen? Also meine hätten es nötig. Kommen Sie zu mir aufs Sofa. Setzen Sie sich. Dann hole ich jetzt mal die Schuhbürste und Sie ziehen sich ganz langsam die Schuhe aus. So, dann nehmen Sie die mal. Machen wir erst den einen. Jawohl, prima. Den auch sauber machen. Der ist doch gut. Na wunderbar. So, jetzt können wir die anziehen. Die nehme ich. Ja, dann können wir shoppen gehen. Gehen wir. Bueno, jetzt wir mal. Okay. Yeah, mas delicious. Untertitelung des ZDF, 2020